Moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohnen und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Aber dies ist eine besondere Podcast-Folge, denn ich habe heute gar keinen Gast an meiner Seite. Und das hat auch einen Grund, es ist sozusagen eine Podcast-Folge in eigener Sache. Wobei, das klingt irgendwie etwas egoistisch und das zu Unrecht, denn es ist eigentlich eine Podcast-Folge für dich, für mich, für uns alle. Und es geht um ein Projekt, das ich mit euch gemeinsam starten möchte. Warum bin ich jetzt zu diesem Projekt gekommen? Naja, also ich trinke jetzt schon seit fast 20 Jahren Kaffee und da sind tatsächlich einige Liter zusammengekommen. Und am Anfang muss ich wirklich gestehen, war es kein guter Kaffee. Also heute ist es mir ein bisschen peinlich, weil ich weiß, was da alles dahinter steckt. Es ist so ein bisschen wie jemand, der sich einen tollen Sportwagen kauft und sagt von sich selbst, das ist ein Autoliebhaber, aber behandelt den Motor richtig schlecht. So ungefähr komme ich mir heute vor, wenn es um das Thema Kaffee geht. Ich habe damals schon Kaffee geliebt, aber habe Kaffee und naja, wahrscheinlich alle, die damit zu tun haben, ein bisschen schlecht behandelt, weil ich nicht wusste, was guter Kaffee ist, was guter Kaffee wohl auch kostet. Und naja, über die Zeit habe ich mich aber immer mehr für Kaffee und vor allem auch für guten, hochwertigen Kaffee interessiert. Und ich habe auch neue Aromen entdeckt und habe einfach gemerkt, was alles dahinter steckt. Ich habe mit dem Blog angefangen, ich habe den Podcast angefangen und ich habe mittlerweile auch mit Videos angefangen und habe immer mehr gelernt. Ich weiß, dass ich selbst nicht der Experte bin, aber ich habe Experten zu Gast gehabt im Podcast und vor der Kamera und habe immer mehr gelernt, gelernt, gelernt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne am liebsten praktisch. Also lange rumsitzen und Theorie aufnehmen, das funktioniert bei mir auf Dauer nicht. Da ist so nach 20, 30 Minuten die Aufmerksamkeitsspanne vorbei. Am liebsten lerne ich praktisch. Stehe also zum Beispiel auf der Kaffeefarm neben dem Kaffee Röster oder sitze in einem Kaffee und schlürfe den Kaffee und probiere ihn. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie kann ich denn am besten über Kaffee lernen und vor allem eben mehr Details als nur das, was ich jetzt hier am Ende der Kette, am Ende der Produktion von Kaffee probieren kann. Und ich würde gerne einen eigenen Kaffee mit euch gemeinsam entwickeln. Und ich habe in der letzten Zeit Gespräche mit Röstern geführt. Ich habe mit denen gemeinsam ein Konzept erstellt, um zu schauen, wie kann man das denn realisieren. Es gibt ja so ein paar Hürden. Erstmal muss man schauen, wie kann denn eine Community mitentscheiden, wie ein Kaffee entsteht. Welche Punkte können überhaupt entschieden werden, aber auch so Punkte wie das Finanzielle, der rechtliche Rahmen. Also da gibt es schon einiges zu organisieren, aber ich bin da gerade an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das kann klappen, wenn sich jetzt genug Leute dafür interessieren und sagen, ja, da habe ich Bock drauf, ich möchte mitentscheiden. Wenn du jetzt schon denkst, klingt interessant, da möchte ich mitmachen, dann sage ich dir jetzt schon mal, wo du dich dazu anmelden kannst. Und zwar auf kaffee.feinebohne.de. Es ist vollkommen kostenlos, also du verpflichtest dich mit der Anmeldung zu gar nichts, sondern du sagst mir damit einfach nur, dass es dich interessiert und du da mitmachen möchtest. Und die Idee ist dann, dass wir irgendwann starten und alle, die sich dann eingetragen haben, bekommen natürlich eine Info, dass es jetzt losgeht. Und dann wollen wir die vordefinierten Schritte nach und nach durchgehen. Das heißt, wir fangen an und entscheiden beispielsweise, soll der Kaffee ein Bio-Kaffee sein? Und zu jedem Schritt gibt es dann einen kurzen Clip, ein kurzes Video, das ein bisschen erklärt, was steckt jetzt alles dahinter. Also, was heißt eigentlich Bio-Kaffee? Was gibt es da für Zertifikate? Was heißt das eigentlich für die Kaffeebauern? Was heißt das für die Kaffee-Röster? Was heißt das vielleicht auch für den Konsumenten? Also, wird der Preis durch diese Bio-Zertifizierung höher? Tue ich damit was Gutes für die Umwelt oder für die Kaffeebauern oder für die Röster? Also, dadurch werden wir einiges schon lernen. Und dann kommen eben die nächsten Schritte. Wie soll der Kaffee fair gehandelt oder direkt gehandelt sein? Wollen wir einen Kaffee aus diesem oder jenem Land? Wollen wir einen Kaffee, der so oder so aufbereitet wurde? Und dann natürlich auch immer die Infos, was heißt das jetzt? Also, wenn wir eine bestimmte Aufbereitung wählen, schließen wir vielleicht bestimmte Aromen aus, die der Kaffee dann eben nicht mehr haben kann. Und dann wollen wir einen Espresso, wollen wir einen Filterkaffee. Welches Aroma wollen wir denn überhaupt? Also, das sind alles Schritte, alles Entscheidungen, die wir gemeinsam entscheiden wollen und gemeinsam eben einen Kaffee entwickeln wollen. Und natürlich, wenn der dann fertig ist und das Projekt gelingt, dann soll auch jeder den Kaffee probieren können. Also, irgendwie werden wir das auch hinbekommen. Und ich möchte das alles mit Videos dokumentieren. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Und wenn du sagst, das interessiert mich, dann möchte ich auch mitmachen oder zumindest irgendwie mitbekommen, was da los ist. Dann, wie gesagt, kannst du dich eintragen unter kaffee.feinebohne.de. Und ja, vielleicht machen wir dann demnächst tatsächlich gemeinsam einen Kaffee. Also, mich würde es freuen. Ich bin gespannt, was aus dem Projekt wird. Und natürlich werden wir dann auch wieder im Podcast darüber berichten. Bis dahin, euer Tobi.